Halt aufsteigen in dieser Gang, also sich wieder in dieses Gang einschleusen, wieder aufsteigen, um halt an diesen Typen, der den Freund umgebracht hat, ranzukommen und halt an diesen Agenten, FBI-Agenten, der diese Five-Tens unterstützt. Ja. Würde ich sagen, machen wir gleich mal das nächste Event. Ich weiß gerade gar nicht, welches das nächste offiziell war eigentlich. Ich weiß gerade gar nicht, welches das nächste Offizier ist.